ja liebe leute ein herzliches willkommen zurück zu let's play far cry prino nur eine kleine planänderung auf meinem kanal liebe leute eigentlich habe ich überlegen master der welt war sie um sie und macht dann weiter mit mach es dann weiter mit fuck by new dawn nur das problem ich habe mir eine kleine wandernung eingebaut ich werde nicht auf fuck by new dawn gehen ich werde auf die dort bekommen human gehen also ein neues let's play bei mir im kauf meinem kanal wenn wir müssen die gerade mal ich kann mich heilen bitte mal ich kann mich heilen das weiß natürlich nicht die planänderung weil die gänderung wo ist denn das ist der mit hinterher oder was bestieke wunderbar er hat ihn überholt er hat sich den jetzt ja genau was anderes wollte ich eigentlich angemerkt haben bis vor dass jetzt hier ein ein bisschen eskaliert ist moment, 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 moment äh, 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 da hoch so warte mal, geht hier irgendwie weiter ich muss gerade nur gucken dass ich gerade wenn die tiger mal loote eben das ist ein seltener schwarzer löwe wunderbar du hast keinen schein davon geschlagen okay also weiß es demnächst wieder so, ich muss hier mal äh, wird hier mal sein also nochmal als kleine veränderung ähm jawoll hab ich geholt ein Dachs obwohl das ist Dachs gar nicht mehr der Dachs gar nicht mehr so schlecht war als Idee aber wir brauchen eh ach, ich komm nicht dazu was zu sagen liebe Leute, ne Mammutau Dachs wir brauchen vier Dachse um Dachas Höhle zu holen zu updaten so, also, nochmal sorry liebe Leute also, eine kleine Planung nur bei mir auf meinem Kanal es geht demnächst weiter mit Detroit Become Human nämlich am Mittwoch oder am Donnerstag oder am Freitag irgendwie so über den Dreh rum also anschließend wird nur sie weil ich dachte mir ja, zwar Farquai am Tag na, ist auch nicht so die ganze Ware deswegen ein bisschen Abwechslung reinbringen deswegen wird Farquai New Dawn an unschließend die an dieses Let's Play hier kommen und alles drumherum ich bitte euch für die Leute die dann natürlich darauf gewartet haben äh nur ein bisschen zu entschuldigen aber ich seh's nicht an es sei denn ich kann natürlich auch sagen ich mach jetzt mal eine kleine Pause mit Farquai Primal so, die zwei Jungs da sind am so das ist natürlich ah ist hier unten so dann gehen wir da unten hin ok ich war da eigentlich was anderes ach man ja wie immer sei es hat denselbe fit so so Heusfall die Farquai, was haben wir hier gefunden? was ist denn warm das jetzt? war das jetzt nur die drei Jungs da oder wat? hm wie immer sei ok, machen wir mal weiter naja wie immer sei es hat den selben effekt dann machen wir jetzt weiter mit unserem unserem Weg hier zur nächsten Mission nun war was? see da was ist das denn? Tock ok öhhh Okay, dann haben wir den Wienschwamen bekommen. Eigentlich war das anderer Plan. Den Alder als Alderholz nehmen. So, wir müssen höllig aufpassen. Die Falle heute ist natürlich witzig hier, klar. Äh, ja. Äh, man muss jetzt gerade gucken, dass wir irgendwie da einen Weg hochfinden. Jetzt sieht er wie ein Heignis da unten oder so. Was ist denn kaputt? Höhle von Hazari. Ein Neuort entdeckt. Scheiße. Das wäre mir natürlich nicht so die gute Idee, weil ich wollte den eigentlich retten. Scheiße. Das war eigentlich ursprünglich der Plan. Gut, dann gehen wir jetzt hier. Fangen wir jetzt an. Aua. 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 Aber das ist nicht so gut! Ich bin sehr, sehr بgebracht. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Das ist nicht so gut! Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, das ist nicht so gut. Ich bin sehr, sehr glücklich. Aua! Auf der Jagd! Ich spüre den Bären auf. Das ist unsere Bestie. So gut ist. Ich muss jetzt gerade gucken. Ah, das ist... Ich fände immer mit. Also haben wir irgendwas gefunden. So, ich könnte hier nochmal runterrutschen. Geh weg. Okay, die gehen weg. Guck, da fliegt unsere Eile. Bienenwaben. Hm. Guck, da fliegt. 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 Guck, da fliegt die mich häuten. Jetzt kannst du es fressen. Ja! Guck, da fliegt sie. Guck. 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 sie langsam weiter denen sind wieder die schwamm nehmen So, da können wir klettern, okay. Ist wieder nichts. Oh, oh. Hungriger und zorniger Bär. Na, welch eine gute Kombination. Ich habe mich jetzt gerade nur geguckt, dass wir die Bären aufgefunden bekommen. Wir sind da lange in die Richtung. Da liege vor allem Schilf, immer gut. Oder vor mir. Danke. Keine Sorge. Ich mache nur nebenbei noch ein paar Sachen. Ein Affen. So, äh. Ich bin irgendwie ein bisschen nebenbei von der Spur abgekommen. Habe ich das Gefühl. Da hinten. Na, das ist doch eine... Hau ab von mir. War ich nicht so eine gute. Hier suchen wir mal. Blau Blatt, okay. Und hier muss noch was sein, was wir looten können. Das hilft heute. Äh, ja. Gut. Halt, halt, halt. Halt, halt. Auf zu mir. Die Klamm. Mein Mann. Gibst du mal hoch jetzt langsam. Coolisch. Der greift sich den Affen, oder was? So. Kann man das hier eigentlich sich suchen? Ja, der hinten ist ja lang, okay. Da waren wir doch ein bisschen auf dem richtigen Weg. Jetzt sind wir in dem Bär schon... Ja, ja, gut. Den lassen wir jetzt nicht mal in Ruhe. Ich habe gerade ein bisschen Panik bei dem Bären. Muss ich mal gerade sagen. Siedsteinstaub. Okay, nehmen wir mit. Und ob diese Panik begründet ist, oder nicht. Das sehen wir dann hoffentlich im nächsten Part. Bei Let's Play Far Cry Primal.